Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video in den Studio. Hallo. Who is there? Herzlich willkommen zum neuesten Who's Up Video. Heute erzähle ich euch ein bisschen was, was so abgeht im Moment. Wir sind im wunderschönen neuen SO2 Studio bei Philippe Hillen, wie immer. Der gehört quasi zur Welt. Wir sind derzeit dran, unser nächstes Album aufzunehmen. Was kürzlich, was zuvor geschah, hatten das letzte Konzert ever in diesem Jahr in Alzheim bei den Metalheads Germany. Vielen Dank nochmal für die Einladung. War ziemlich cool, vor allem wenn wir dort mit unseren guten Freunden und Freundinnen von Dying Gorgeous Lies gespielt haben. Und die Dying Gorgeous Lies, als kleiner Insider, die waren auch am Samstag mit uns im Studio. Mehr, sag ich euch dazu. Außerdem haben wir ja vor kurzem eine EP veröffentlicht, die Whatever We Want, A Tribute to Stethosco. Kommt extrem gut an. Hauptsächlich bei der Stethosco-Fangruppe. So gut, dass wir tatsächlich eine Nachpressung haben machen müssen, was uns sehr freut. Vielen Dank dafür. Wer die EP noch nicht hat und vor allem das wunderschöne Shirt dazu, gottsleaf.de slash top. Könnt ihr auch da unten lesen. Da gibt's das Ding, im Kombi mit dem Shirt 20 Euro. Das ist quasi nichts. Genau. Release Party haben wir dazu gemacht am 26.9. in unserer Heimatstadt Saarbrücken. War super geil, wie immer. Saarbrücken ist immer wahnsinnig cool für uns. Generell könnt ihr immer sehr gerne kommentieren, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder sonstiges oder irgendwelche Meinungen gar nicht äußern möchtet. Hier unten seht ihr, da steht Kommentar. Könnt ihr kommentieren. Tut es, interagiert, macht von eurer Rede- und Meinungsfreiheit gebraucht. Und sagt uns, was ihr wollt und was ihr braucht. Also wie gesagt, wir sind derzeit im Studio. Aktuell im Studio. Waren im September schon im Studio. Und haben im Studio bereits im September im Studio Drums aufgenommen. Und Bass aufgenommen. Das heißt, das ist schon seit Anfang September drin. Und jetzt sind wir mit der Gitarre. Und halt das Schwede. Geht's voll ab. Also es bretzelt an allen eigenen Enden. Es bollert. Und es bretzelt. Also richtig geiler Scheiß. Wir haben ziemlich flotte Songs. Vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen zu flott. Ein bisschen zu hart, das werdet ihr dann sehen. Vielleicht haltet ihr aber auch gerade noch so aus. Ne, ist echt geil. Also es läuft sehr, sehr gut. Wir kommen sehr schnell voran und es klingt echt geil. Aber es tut auch weh. Also ich als Gitarrist kann sagen, hier nix besonderes, aber hier rechts, Zaua, aua, das tut echt weh. Aber was man nicht alles für euch tut, ne? Überraschung. Was man schon ein bisschen anteasern kann, wir werden einige Gäste auf unserem Album haben, aber mehr sagen wir euch nicht. Weil, das ist nämlich ganz geil. Was wir aber machen werden, was ihr bekommen werdet, und popular demand quasi, Tech Talks, also ein bisschen gequatschen über Equipment und ganzen Kram, weil da haben einige nachgefragt, mit was wir eigentlich aufnehmen, oder ein ganzer Blödsinn. Und das werden wir euch haarklein erläutern. Haarklein. Wir kriegen natürlich tausende von Euro von unseren Sponsoren und unseren Equipment-Deals und so natürlich tausende Euro. Keinen Cent. Ein Studioreport wird es auch geben, aber erst so, wenn das alles ein bisschen rauskommt. Aber ihr werdet noch viel, viel mehr erfahren, wie das mit uns so im Studio ist und was hier eigentlich so abgeht und was wir da eigentlich so machen lassen. Ganz wichtig zu wissen, ihr wisst es schon, aber, ihr vergesst das vielleicht erstmal, es gibt die Slave Crew. Und die Slave Crew trifft sich auf www.slavecrew.de Und diese Slave Crew auf www.slavecrew.de kann man sich anmelden, die werden relativ bald schon etwas aus dem Studio zu hören bekommen. Also, wenn ihr möchtet, meldet euch da an. Bald wird es wieder ein Ask-God-Slave-Video geben. Das heißt, wir werden euch auffordern, auf Facebook und sonstigen Kanälen uns Fragen zu stellen. Und dann stellt ihr gefälligst Fragen. Ist das klar? Und dann beantworten wir. Je nachdem, wie gut sie sind. Ne, Ernsthaft, macht das. Egal, was es ist, ob das zur EP ist, zum Studioaufenthalt, zu unseren Lieblingsunterhosen, scheißegal. Stellt aber bitte Tommi eine Zeugel-Fragen, ohne dass es öse auskommt. Stellt uns Fragen und wir beantworten. Wir beantworten jede Frage, aber vielleicht nicht immer in der Art und Weise, wie ihr es haben wollt. Aber es ist auf jeden Fall ein großer Spaß, ein ganz großer Spaß. Also, fragt uns Fragen, wir antworten euch dann mit Antworten. Ne, also, coming soon. Das war's für heute mit What's up, God Slave? Abonniert unseren YouTube-Kanal, immer wert. Folgt uns auf Facebook und Twitter, hier unten, joint uns. Außerdem seht ihr hier links, wunderschöne Videos. Guckt sie euch an, an das Kommen und versorgt euch an das! Ciao.